Hey Leute, jetzt geht es weiter mit Vampires Dawn 2 Ancient Blood Ich habe mittlerweile nachgeschaut, man spricht jetzt ancient aus Rikulatsch wird immer noch darauf, dass man ancient sagt und dass es wahrscheinlich bloß ein Unterschied ist wie zum Beispiel britisches oder amerikanisches englisch oder australisches oder was weiß ich Könnte sein, könnte natürlich alles richtig sein Wir machen jetzt aber erstmal weiter Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren Die letzte Aufnahme ist fast 2 Wochen her Ich war nämlich leider im Bild nicht krank und konnte deshalb nicht aufnehmen Ich habe schon fast den Zug gehabt Ganz ehrlich, mir ist es sehr langweilig gewesen Ohne Aufnehmen Ja, gut, dann schauen wir doch mal Denn ich weiß wirklich nicht mehr, wo wir waren Und deshalb werden wir uns jetzt einmal Ach, wir könnten eigentlich mal gleich mal den Stand schauen Wie viel Geheimnis haben wir schon? 164 von 1250 Ja, mehr als 10% wenn man schon mal 10 Menschen haben wir schon ausgesaugt Null dabei getötet Null verwandelt oder umgewandelt 228 Kämpfe hatten wir bereits Davon nur einmal geflohen Unsere Menschlichkeit beträgt 67 Wir haben 449 Steuernamen Unruhende Bevölkerung 2 Was soll der Mist? Wie sollen wir zur Unruhen? Ähm, vielleicht im Schluss ist gerade 0 Okay, Aufgaben Die Bruststücke Folter eines Magiers Den müssen wir erstmal kriegen Das Bordell in Gardon Ja, da müssen wir erstmal nach Gardon halt Äh, das Schaf Ich weiß immer noch nicht wie man Äh, das Schaf machen kann Suche die Ursache für das Verschwinden Der Schafe nördlich von Syras Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung Wie wir das schaffen Falls ihr es wisst Schreibt es mir doch bitte in den Kommentaren Denn ich warte eigentlich immer noch darauf Dass wir den Tag-Nacht-Zauber kriegen Naja Die verwirrte Mutter Das Dann müssen wir auch mit irgendeinem Dorf Dann mit der Pirat Und dann kommen die Bruststücke Ja gut Schauen wir uns mal auf der taktischen Karte um Wir haben Ach genau, wir haben da oben das Schloss Wie viel haben wir hier? Ich glaube 5 6 Und Hier haben wir auch 6 Gehen wir doch mal nach Schloss Raka Haben wir Gold im Sch... Nein, wir haben mittlerweile auch nichts mehr Und wir lesen mal Ich habe mitbekommen Wir lesen kaum noch was Seit wir Fledermassmantel haben Also würde ich jedes Mal Wenn wir hier ins Schloss zurückgehen Auch jedes Mal einen Brief lesen Extra hier raus gehen So, Brief 30 Hier ist mein Monster Der Affenmensch Wähl mich Dich wählen? Wählen? Hä? Busch altes Haus Bitte nicht immer an meine Privatadresse mailen Oh Mann Nein, so das ist erreicht Dann schauen wir mal Können wir von hier aus auch los? Ja, können wir Vielleicht viel besser So, dann gehen wir doch mal los Die Insel werde ich übrigens auch durchsuchen Allerdings nicht sofort Sondern erst später So bevor wir das letzte Schloss angreifen oder so So, wir müssten hier jetzt eigentlich drunter sein Wandlung in eine Fledermassmantel Müsste ich nochmal zurück wandeln, oder? Genau Okay, dann schauen wir uns mal ein bisschen um Hier das hier zum Beispiel Sieht komisch aus Was haben wir denn jetzt? Zwei Käfer und ein Baum? Ähm, greifen wir mal den Käfer an Das müsste Walner sein Ja, da schaut mal ob er einen Käfer aussaugen kann Der Käfer ist geflohen Ernsthaft? Jetzt habe ich nicht doch Der hat Blut gesaugt Wir hatten vorher irgendwas mit 50 Können wir von dem Baum Blut saugen? Nein Das geht nicht Ich glaube wir sind schon zu stark für die Viecher Wer fehlt Ja, okay Der Baum, der hat schon einiges Der ist schon ein bisschen stark Der geht Aber die Käfer Der Käfer ist geflohen Ihr habt noch nie gesehen, dass ein Monster geflohen ist Bei Vampire's Dawn Also egal Ob 1 oder 2 Habt ihr das schon mal gesehen? Ah, aber jetzt haben wir den Baum auch gekillt 720 Erfahrungen Und 2 Seelen haben wir erhalten Haben wir uns noch mal kurz So, da geht gar nichts Hm, sonst noch irgendwo was Äh Schauen wir mal da links weiter 3 Käfer So, Elayne und Walna dürfen Blut saugen Asuka greift an Elayne ist ab dran So, der greift an So, ich glaube die kleinen Käfer haben aber nicht wirklich viel Blut Und deshalb lasse ich jetzt Elayne den dann noch aussaugen Ich werde jetzt dann versuchen Bei Walna werde ich jetzt versuchen, ob ich ein zweites mal aussaugen kann Nein, es geht nur einmal Okay Okay, die Käfer halten aber auch einiges aus Aber sie haben scheinbar als Fähigkeit zu fliehen Tja, wenn sie unbedingt wollen Ey, warte mal, wir haben jetzt nur eine Boah, ist ja fies Die sollen sich dem Kampf stellen So, was haben wir hier links Nichts Da ist auch nichts Ah, da ist wirklich gar nichts Hier oben ist auch nichts Gut, dann können wir nur noch hier rechts lang weiter Wieder 3 Käfer So, Elayne saugt Blut Walna saugt Blut Asuka greift an So, und jetzt hoffe ich, dass der hintere nicht abhaut Weil den noch die Elayne aussaugen darf So, und jetzt greifen wir es an Bis wir tot sind Boah, Kritt Damit hätte Asuka den hinteren angreifen müssen Dann wäre der jetzt tot Ach komm Elayne, nicht für fehlen So, gekillt 540 Erfahrungen und 2 Seelen Wieder heilen So, die Lende verliert da schon ziemlich viel Blut dadurch Ach, da ist... da ist... Ich wollte jetzt weitergehen und frage mich Hä, wieso geht es nicht weiter? Da war ein kleines Gebirge oder so So Blut saugen Blut saugen Und Asuka, du darfst angreifen So Walna müsste jetzt eigentlich voll sein Das heißt, ich lasse jetzt nur noch die Elayne trinken Und der haut ab Zugrück konnte ich den Elayne voll austrinken Wieder ein Crit Ah, jetzt haut der auch ab So Ne, Walna ist noch nicht ganz voll Ok, Elayne bräuchte jetzt ein... Ich habe sogar eine Blutviole Ok Schauen wir erstmal hier rechts ein bisschen Ah, da ist das Schloss Und wo würde es da links vom Gebirge weitergehen? Äh, gar nicht Ok, bevor wir das Schloss uns anschauen Wann mal Hm Ne, bevor wir das Schloss anschauen Will ich mich erstmal hier in der gesamten Gegend umschauen Und Vielleicht findet man ja irgendwas Eine Höhle oder so Äh, hier geht es nicht weiter Schauen wir mal, ob wir von der anderen Seite weiterkommen Ah, da ist wieder so ein Baum So, also ich lasse Walna doch nochmal einmal kurz aussaugen Damit er ganz voll ist Damit er ganz voll ist Hat der... Das war doch voll unfair Haut der einfach ab, bevor ich ihn aussaugen kann Gibt's doch nicht Der haut er auch ab Ja, dann killen wir halt den Baum Das wird der auch abhauen, oder? Ich hoffe nicht Ja, gekillt Minigstens etwas 450 Erfahrung Walna hat Level 17 erreicht Yeah Yeah Ähm Zweimal heilen Zweimal heilen Zweimal heilen Elaine Ähm Gehen wir doch mal kurz in die Burg Und vielleicht findet man ja irgendwo Schlosshacker Irgendwohin, den wir aussaugen können Ja Irgendwohin, den wir aussaugen können Auch die Musik klingt irgendwie Ich weiß nicht Irgendwie edel Was? Ach komm, komm ich hier jetzt nicht durch Da muss ich ja den ganzen Weg zurückgehen Das ist irgendwie blöd Ich weiß gar nicht, wem dieses Schloss, das ist glaube ich, vorher gehört hat Also den Elras oder den Clan, weiß ich gar nicht mehr Ist wie gesagt leider schon zu lange her Dann schauen wir doch mal hier rechts Mal hier was finden Tatsache 255 Fila Die hat wohl jemanden verloren So, jetzt kommen wir Wir kommen hier sogar noch hoch So, ein bisschen die Fässer durchsuchen Oh, da ist aber leider nichts Und in dem Fass hier? Auch nichts So, da ist noch ein Fass Wieder nichts Äh, noch ein Fass Da ist ein Fass versteckt Ah, und dann ist da nichts Das wäre doch so ein gutes versteckt Also ich habe schon einige sehr gute Verstecke gesehen Äh, wo ich sage Äh, da müsste eigentlich was drin sein Ich meine, wer kommt schon auf die Idee hier am Rand nochmal zu schauen Und dann ist das Fass auch noch so gut versteckt Und dann ist da einfach nichts Das kann es doch nicht sein, oder? Ich meine, es ist schon irgendwie blöd Finde ich jetzt Finde ich jetzt Hm Äh, da, 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 da Okay, da ist sonst gar nichts Gut, dann gehen wir jetzt ins Schloss selbst rein Boah, der ist ein Seltener Können wir den aussaugen? Ich meine, da ist das hier drin ziemlich warm Ich erinnere mich noch an einen Auftrag in der Nähe von Schloss Farben Boah, war das kalt Scheiße, den können wir nicht aussaugen Äh, dann hoffen wir einfach, dass wir Eine Blutfiole oder sowas finden Gut, gehen wir mal nach links Als erstes Hm Nein Hier auch nichts Ein Schattenpuffer halten Geheimnis Hier in den Betten Auch nichts Und da haben wir auf jeden Fall eine Truhe Wasser des Lebens erhalten Was ist das? Heilt alle Partymitglieder Plus 500 Leben Cool Hm, hier ist ein Buch über die Entstehung der Welt Und am dritten Tage erschuf der Maralex eine Wiese Dann ein Schloss Und dann eine ganze Stadt Wer auch immer dieser Maralex ist Er scheint viel Macht zu haben Sofern man an solche Schöpfungsgeschichten glaubt, versteht sich Finde ich Finde ich schon irgendwie lustig, äh Dass er sich selbst auch eingebaut hat Der Maralex So, was haben wir hier noch? In dem ganzen Raum war nichts Schade Naja, aber jetzt haben wir hier diese Ach, das ist eine Säule Haben wir hier diese Seite fertig Dann schauen wir doch mal hier weiter Da ist nichts Äh, was ist das da? Keine Ahnung Haben wir noch eine Kiste? Nein Hier auch nichts, was steht da drin? Hier stehen Bücher wie Einmal Köpfen bitte Gib mir deinen Kopf, ich geb dem einen und Wenn der Kopf rollt, rollt der Rubel Oh Da ist aber jemand sehr fixiert gewesen Ah, hier komme ich wieder nicht weiter Unmöglich da durchzukommen Gut, dann gehen wir nach oben Hm Ein Krankheitsserum halten Geheimnis Avalon, der Lord über die Wichte Steht hier im Regal Das Buch ist mit einem sehr schönen Leberbanein versehen Ah, ich sehe auch hier hat man Geschmack Ein Exemplar von Dunkle Schatten Steht hier im Regal Das Buch ist aber wirklich oft gelesen Ja, das stimmt Sehr viel Werbung ist hier im Spiel enthalten So, was sagst du denn? Ihr kämpft aber aufständig Habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, dass ihr dafür nicht langsam zu alt werdet? Zu alt? Zu alt? Ha, 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 ha Nein, wir werden nicht alt, wir sind Vampire, wir leben ewig Was? Angriff der Ritter auf Burg Vares Ich hoffe wir gewinnen Wir haben schonmal den Ersten gekillt Wir haben den Zweiten gekillt Scheiße, wir haben einen verloren Den Dritten Die Hälfte haben wir erst schonmal gekillt Boah, vier Mist, da ist der Zweite gestorben Oh nein Ja, gekillt Und, komm schon, ja Okay, aber das war knapp Wir haben nur noch diese drei Söldner hier Also Ich finde, ich sollte fast nur kurz eben nach Hause porten Und Zuflucht Speicherten Ort löschen Zuflucht So Und dann gehen wir schnell nach unten, holen uns ein bisschen Geld Boah, wir haben viel Herr Meister, eure Steuereinnahmen in Höhe von 2052, viel da Geil, danke So, dann gehen wir mal weiter nach oben Erstmal zu den Dieben Zu der Diebin, besser gesagt So So, was hast du denn gefunden? Ein Krankheitsserum erhalten 441 Pilar erhalten Das war alles? Was sagt ihr denn? Wie viel muss noch gestohlen werden, bevor du mich wieder zu einem Menschen machst? Noch eine Menge Du ehrlicher Bastard Tja Dann schauen wir doch gleich mal, vielleicht können wir noch was verkaufen Hier, was haben wir denn alles? Ein Flucht, ah, den heben wir uns auf Schattenpulver, brauchen wir nicht Also Ja, brauchen wir nicht Ohne Eis und Blutrohne Leere Flasche Ich weiß immer noch nicht, wofür man die leere Flasche braucht Geschweige denn den Saphir Ich hab keine Ahnung Also, falls ihr das wisst, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare Ich wäre dann nämlich gerne ein wenig schlauer So, was kann er denn, können wir denn hier kaufen? Blutviolen Kostet nur 500, jetzt gehen wir erstmal Söldner kaufen Und davor sollte man vielleicht noch schnell Hier Wie viel Fähigkeiten haben wir denn? Äh, 20 Seelen Äh, das reicht nicht ganz Äh, was habe ich denn schon alles? Besseres Blutsaugen Blutsaugen Das sind dann die vier Teile da Das ist die Jagd Hier haben wir die Heilungsrate Lügen und Fallen finden Das war's schon Habe ich die Geschwindigkeit der Diebe schon erhöht? Tatsache Äh Also, gut Dann Heirate Geschwindigkeit Äh, besseres Aussaugen Oder Also, lügen schonmal nicht Dann eher Fallen finden, oder? Oder Aussaugen Ich weiß es nicht Ach, machen wir mal Fallen finden Fallen finden Skinnen wir noch als letztes Sobald wir dann das, äh, die Seelen dafür haben Statusruhen haben wir ja leider immer noch nicht Gut, dann können wir jetzt zu Derbor gehen 340 viel Abbruchseidner Na, klasse 8 Wir können uns nur 8 Seidner leisten Ach, man Dann verteilen wir die Seidner mal neu